Aber wie gesagt, das, was uns jetzt vielleicht am optimalsten erscheinen würde. Wurde es nicht werden, naja. Ist sie blind? Ist sie so trübe Augen, irgendwie? Ach, Leute. Ja, sorry, aber... Ich würde den Spinner abnehmen. Ich weiß, viele würden jetzt die Torte nehmen. Seid nicht böse, aber... Ah, ziehen wir die Popbeine um, aber nicht. Aber selbst das wird schon jetzt irgendeinen Grundteil gelegt haben, in irgendeine Richtung. Wir haben das, was wir machen wollen. Keine Entschuldigung, aber was qualifizieren Sie zu leaden? Wir testen uns schon? Ich bin nur interessiert, wer die Truppen in die Torte führt. Alles, was Sie sehen, haben wir uns selbst gebaut. Wenn das nicht ein Entschuldigung, ich weiß, was ist. Wenn Joan und ich mit deinem Bruder, er hat seine Hand in Fruit. Fruit? Wir haben ihn langsam schmutzend an Orchard auf der Shenandoah-River. Hotty-fuckin', huh? Ich helfe ihn zurück in die Welt. Wir hatten eine gute Runde da. Für so lange wie es dauerte. Was passiert? Was immer passiert. Wir haben die falsche Menschen gebeten. Das ist das, was uns zu beginnen. Wunderschön, was das eine gute Art von Body Art ist all about? Es ist unser Littmuss-Test für Loyalty. Ich habe gesehen, Mark, ein paar Mal. Du hast es wahrscheinlich gesehen, bei den Garten. Right, Javi? Wir haben es alle als ein Zeugnis gemacht. Es war eine krüge Antwort auf ein Problem schwieriges Problem, und es nicht immer funktioniert. Ich meine, sie wirken alle wirklich bodenständig und sympathisch. Man kann die Intentionen nachvollziehen. Von allen. Gucken wir, wer von denen der tolle Obst ist. Wie die da zum Beispiel. Max? Was machst du hier? Ich versuchte ihn. Seit wann er dir antwortetiert hat? Von dem ich hör, er ist gut mit deinem Bruder. Sie verabschieden ein paar Blut aus unserer Wallen. Ist das richtig? Ist es ein Schmerz zwischen dir und Max? Nichts, was nicht funktioniert. Ich will das von Javi. Ich sage, ich würde ihn nicht anwenden, in meine wedding. Ja, ich würde nicht anwenden. Gut, weil ich nur gesagt, dass du nicht anwenden kannst. Max, wie hat das angefangen? Ja, wir haben jetzt auch nicht anwenden. Du hast eine Obstattung, um die Wahrheit zu erzählen. Wir haben ihn mit einem Gas von einem von unseren Fahrzeugen gefangen. Max, sorry, David. Ich weiß, dass er Familie ist, aber dein Bruder ist ein Schmerz. Ist das richtig? Quatsch, Alter. Das, das ist nicht alles. Rufus sagt, dass Clementine seine Fahrzeug aus der Straße aus der Straße, nur um ihn frei zu lassen. Clementine? Die Frau, die wir in der Vergangenheit hatten, in der Vergangenheit. Man kann immer einen Mann mit der Firma halten. Man kann mit dieser Frau nicht sehen, wie gut. Ich würde sagen, nicht. Clementine ist nicht ein Schmerz. Ich bin ein Schmerz. Ich bin ein Schmerz. Ich bin ein Schmerz. Natürlich würde ich das sagen. Du hast das... ...honneur zwischen den Schmerz. Das ist, was du uns für uns zu verabschieren, David? Sehr ehrlich? Du weißt, dass wir nicht nur die Tür zu öffnen, um Bandits zu öffnen. Wir versuchen, etwas anderes zu bauen. etwas, die sich an der Civilizationen verliebt. Alles, was ich da da war, war, um mich zu retten. Das ist mehr, was ich für dich zu sagen. Ich bin nicht sicher, was du bedeutet. Javi? Du hast etwas zu sagen? Ein von deinen Leuten. Einer Scheiße, die nennen Badger. Er legt eine kleine Frau in eine kleine Frau. Meine Frau, David. Was? Verdammt, Javi. Ich sagte, ich würde ihn. Nein, David. Diese Kussin-Fuckin-Dirtbag hat die Balls für mich? Er und Badger haben eine ganze Stadt verletzt. Das ist genug. Nein. Wir müssen das hören. Geh weiter, Javi. Sieht sich, dass du mehr hast, was du ausstattest. Sie haben einen Schädel, in der Schmerz. Eine Frau. Francine. Badger hat das gemacht. Nicht ich. Du warst da neben ihm. Ich versuchte ihn, ich versuchte ihn. Ich versuchte ihn, ich versuchte ihn. Ich versuchte ihn. Ich versuchte ihn, ich versuchte ihn. Ich versuchte ihn, ich versuchte ihn. Ich versuchte ihn. Er war ohne Kontrolle. Ich versuchte ihn. Ich versuchte ihn. Ich versuchte ihn. Wir wissen nicht alle Fälle. Wir wissen genug. Sie ist richtig, David. Du hast die Kontrolle. Ich will sie weg. Alle. Alle. Sie sind in der Quarantinie. Sie sind genug. Sie sind genug. Sie sind genug. Wir können das nicht kämpfen. Wir können nicht jetzt. Kate und Gabe hier sind. Ihr Freund von Dr. und auch. Aber die resten von Ihnen. Sie müssen das machen, was sie sagen. Ich verzei. Ich verzei. Es ist nicht jetzt. Kate und Gabe hier sind. Ihr Freund von Dr. und auch. Sie sind nicht schuldig. Ich spiel mit. Ich werde dir helfen, wenn ich kann. Ich werde dir helfen. Ich werde dir leben. Ich werde dir leben. Okay. Ich werde dir leben. Okay. Ja schwierig. 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 Ich werde dir leben. Ja, jetzt erst schnell schnell. Jetzt wird es recht. Ich muss den Witcher jetzt hier nicht so schützen. Da. Hörst du mich, Scheiße? Okay. David packt das. Er hat es gemacht. Sie sagten. Jetzt geh halt mal aus die Socken gehauen. Tja, wie stehen wir plötzlich davor? So eine Scheiße. Ach komm, der ist so bocky. Ja. Schlimme ist, ich weiß jetzt tatsächlich ja nicht irgendwie... Also, eigentlich, ich hätte mich jetzt noch nicht anders entschieden. Irgendwie kann halt auch nicht David die ganze Sache überlassen. Irgendwie, wenn er jetzt der Anführer der Soldaten ist. Ja, was macht er? So, dann rückt er den und dann das wartet. So, wir stehen als die Angeklagten da. Und, also, ich weiß nicht, irgendwie. Man muss die Sachen auch beim Namen nennen. Man muss die Sachen auch beim Namen nennen. Und vor allem, wir müssen auch aus dem Schatten unseres Bruders treten, finde ich. Deswegen haben wir jetzt hier eine Packung Gummibären bei. Was ist das? Eine Keule und eine Karte. Schön. Alter, eine Basie hat uns mit ihm gedacht, das war's ein, Alter. So, wir sind also hier. Schon klar. So, was haben wir noch? Die können wir nicht nehmen. Und was war davor? Oh Mann. Wollten wir das da vorne angucken? Echt? Ach, kommt nur jetzt. Da. Das Ende der kleinen Dipper. Nein, das ist der große Dipper. Ha, 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 ha. Stimmt, das ist ein Wagen. Ja, äh, ich würde mich gerne mit Sternzeichen nicht auskennen, äh, tut aber nicht. Oh, ich bin leider nicht besonders mit Sternzeichen. Eine Axt, Alter. Und dann kam die jetzt scheiß Bowiemesser ein. Mann, Leute. Da hätte man auch keine Tasche für gebraucht. Trip, komm mal. Was ist denn? Ich kann nicht jemanden verlieren. Ich sage dir, ich kann nicht. Prescott, Conrad, vielleicht Eleanor. Es ist zu viel. Ich hoffe, der erfährt noch nicht so schnell, dass wir Conrad umgelegt haben. Ich glaube nicht, dass er denn noch mal unseren Rücken deckt. So, aber wie gesagt, vielleicht finden wir jetzt Clementine hier unterwegs. Ich muss euch sagen, Mann, ich dachte, dass du und Kate waren, du weißt, ich meine, ich sehe dich kissern in der Brühe. Nein. Ich bin nicht Judgen, ich bin einfach interessiert. Was ist die Geschichte? Ich weiß nicht, aber was haben wir hier zu verlieren? Echt ehrlich gesagt? Ich bin sorry. Ich weiß nicht, dass ich das gut verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Es ist immer ein Mist, nicht wahr? Was ist das? Wer liebt, wer liebt dich. Wenn sie ein und das gleiche oder andere. Du weißt, was ich meine? Es ist nur, wenn du denkst, dass du alles entstanden hast. Ich weiß nicht. Ich denke, es ist so kompliziert, wie du es lässt. Die Unterschiede zwischen dir und mir, Bruder. Elinor und ich, wir waren... ... etwas. ... aber nichts jetzt. Ich respekt ihre Wünsche. Ich wirklich. Na, schau an. Er war also mit Elinor zusammen. Interessant. Oh, scheiße, die Horde. Hau nicht mit den Waffen, die wir da haben, Alter. Das... Die Konfrontation kannst du sowieso vergessen. Oh, scheiße. Okay. Schau auf, Leute. Ich habe ihn. Ja, Jesus hat schon ein bisschen Ruhe. Man hat das schon in der Serie gesehen. Swump. Ah, ich glaube, das ist so ein bisschen zensiert. Also, es ist schon halt recht blutig, aber ich glaube, halt... ... dass der Kopf wahrscheinlich im Englischen... ... wahrscheinlich weggeflogen ist. Come on, man. Move your ass. Na los. You want a piece of this? Opa. Ja, siehste. Das hat ja wieder super geklappt. Und... Und da haste. Und was ist das? Wo? Wie? War? Schnell. Schnell. Los, 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 los. Greif dir die Keule. Wer ist das wohl? Clementine! Das ist Backbaby. Sehr schön. Ah, Clemmy. So, ich fühle mich gleich wieder ein bisschen besser, wie sie dabei ist. Ich dachte, du gehst nach Richmond. New Frontier hat dich rausgebracht. Das hat mich nicht überrascht. Nicht nur ein bisschen. Nicht alle. Kate und Gabe sind noch da. Mit David. David? Dieser Scheiße ist noch da? Das wird wirklich lustig sein, aber... ... er ist mein Bruder. Was? Wait. This place we're going? David sent you there? Ja? He's supposed to be safe. Clem! You can't trust him, Javi. Aber es... Ich meine, er ist halt unser Bruder, ne? Blackboard, grüß dich! Hi! Schön, dass du da bist. Das ist ein Bruder. Diese Bruder ist ein Lief. Es ist ein Lief, das sagt, du kannst uns glauben, du sollen uns. Du verlassen. Sie sind nicht über ihre Leute. Sie haben mir gebraucht. Sie haben sich geholfen, dass sie ihn helfen könnten. Aber sie würden ihn sterben. Nein... A.J.? Was A.J. überhaupt? Also Clem wird sich ja mit dem kleinen, wie man es ja an der Brandnabe sieht, wird sich ja The New Frontier angeschlossen haben. Wahrscheinlich wegen AJ. So. Oh, wahrscheinlich der direkte Weg wird aber wahrscheinlich nicht der gute Weg sein. Oh Gott, dann leiden wir zum Zwerg. Oh Gott, was ist das? Ist er schon tot? So, Summen ist jetzt unser Ding. Oh, schau mal, das ist Ava. Interessant. Dann können wir ziehen. So, lass mich raten. Ich hab jetzt genau exakt Zeit, zwei Sachen mir anzugucken, ohne mich am Arsch. Na, natürlich. Lass mich raten. Die fette Subkutanspritze wird sein. Oh, nichts an. Nummer 3, was? Es muss sein, dass es ein Schuss sein muss. Tja, dann zieh sie mal auf. Woher weißt du denn überhaupt, was sie spritzen soll? Also ich wüsste das jetzt nicht. Das wird doch jetzt nichts. Wenn wir den spritzen, das ist, das kommen. Das wird nichts. Der schlägt doch an. Oh je. Oh no. Don't do this. Ich wüsste alles, was er alt ist. Ich bin gut. Clem, bitte nicht. Das Vancomycin. Das ist das letzte. Es wird verletzt, AJ. Ich habe gesagt, es könnte sich ein Leben auf jemandem geben, wenn man richtig benutzt hat. Es ist zu wertvolle, um ihn zu verletzieren. Es ist die einzige Sache, die kann ihn retten. Es ist die einzige, die kann ihn retten. Aber es kann nicht. Ich bin sorry, Clem. Ich versuchte alles. Ich versuchte alles. Ich... Ich versuchte es. Das wird ihm besser helfen. Nichts kann dir jetzt helfen. Was? Clem, leg die Drugs zurück. Bevor jemanden herausfinden, dass du sie sie hast. Du weißt, was sie hier für die Thieber tun. Es ist noch Zeit. Ich muss es versuchen. Wir müssen es probieren. Wir müssen es probieren. Hey, look, AJ. A bunny rabbit. What the hell is this? Ich hab das schon. Es war eine schlechte Idee. Du wieder so hoch? Du gehst dich zusammen, bevor die anderen dich sehen. Begleit mit dem verdammten Kind. Was denkst du denn? Du hast gesagt, dass die Drogen nicht helfen können. Wie kann du so dumm sein? So selbst? Was denkst du, dass ich ihn einfach auf ihn verbreiten würde? AJ ist alles für mich, David. Ich würde alles machen, um ihn zu bleiben. Except, dass es nichts mehr zu tun hat. Oh nein. Nein. Oh nein. Wir haben genug. Wir sollten ihn raus in den Wald ein Wochenende vor. Aber, guck. Es hilft, es hilft. Es funktioniert nicht so gut, Clem. Du hast ihn ein Wettbewerb. Nichts mehr? Ich wünsche dir, dass du ihn schützt. Aber das ist die Wahrheit. Dann war es wert. Ich würde es wieder machen. In einem Herzbeut. Without a goddamn thought for anyone else. Wir öffnen unsere Arme zu dir. Wir haben dich eins von uns. Das ist, wie du uns verbreitetst? Durch stehlen? Durch dich vor die Gruppe? Du bist hier fertig. Du hast unsere Regeln verbreitet, Clem. Wir verbreitet unseren Vertrauen. Ja, dann fick dich doch, Alter. Alter, wenn ihr so kalt seid, irgendwie in den Zwerg sterben lassen wollt, irgendwie jetzt noch ein Mädchen irgendwie noch fertig machen wollt, dann hier. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nein! Ihr schreit das! Ihr Monster! Was ist das? Was war es für alles? Geht nicht, dass ich ein von euch bin. Nicht mehr. Ah, David ist jetzt rundendurch bei mir. Was ist das? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Nein! Du hast ihn gehört. Warte, was du hast gesagt, dann gehst du. Bitte nicht mich auf das. Das ist das. Ah! 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 Verdammt! Ach, den soll doch sein scheiß Buttertoast auf die, auf die Butterseite fallen, den Penner, Alter. Oh! Das ist aber, wir, wir machen uns jetzt einen Plan, wir holen ihn wieder. Also, das steht völlig außer Frage. Wir müssen ihn in Sicherheit wiegen irgendwie. Wir müssen ruhig denken, das war Tschüsser. Nimm deine scheiß Pfoten weg, Alter. Oho, komm! Lass dir doch nicht bei dem, die, nimm den Junkie, das Kind weg. Aber sofort. Oh! 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 Oh, wie schön! Aber wir hätten uns jetzt wohl nicht einfach mit ihm verpissen können, also ich bin nur froh irgendwie, dass wir ihm ein Medikament gegeben haben. Ich würde so vieler trösten. Ach, verdammte Höchtern, lass uns erst mal um die Penner kümmern. Oh, ich kriege jede Pen und nochmal schöne Tag Team. Oh, uiuiuiuiui, jetzt mach ich schnell 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 schnell. Okay, der Zaun würde ihn anhalten und da kommt immer mehr. So, was haben wir da? Was hebig denn überhaupt an? Was ist das? Oh, ein Tor. Okay, ich habe ihn nicht erkannt. So, los, komm auf! Ah, okay. Okay, wir machen mal weiter. Was haben wir hier? Was haben wir? Vielleicht mal erstmal in die Schuhe klicken, vielleicht finden wir irgendwas. Und da ist die Gange vom Wagenheber oder eine Schutgang. Ah, aber wir brauchen die Stange. Ja, dann müssen wir. Komm. Dann kipp ihn. Oh ne, jetzt wird rot. Jetzt wird rot. Jetzt wird rot. Scheiße. Kipp ihn! Los! Wir haben keine Zeit. Los, Ravi greift zu. Hol dir das Ding. Hol dir das Ding. Grab it. Los, auf geht's! Tu es! Sehr schön. Naja, der schnellstest ist er nicht. Der schnellstest ist er nicht, ey. Der ist halt nicht. Glett an die! Los! Durchschnitt! Auf geht's! Auf geht's! Los! Jesus! Gerhard, auf geht's! Los! Was hat er geschafft? Hat er geschafft? Ich gucke doch, dass er es geschafft hat. Das ist dramatische Mucki hier, ey. Was hat er geschafft? Fick und fertig! Fick und fertig! Fick und fertig! Oh, schöner Slide! Auf geht's! Geh' den verdammten Jack raus! Jo! Schweinhardt! Das war zu nahe! Ich hoffe, dass die Tür ihn hält. Hm. Ja. Ich denke ja. Erstmal ja. Erstmal. Okay, Schüsse? Hey! Ich bin hier! David! Hey, 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 hey! Hey! Hey, hey, hey! Okay! Okay. Clemmy meinst Ernst. Ahhhh. Also lieber hab' ich jetzt Clemmy auf meiner Seite als David. Ich weiß... Ah, der hat mich trotzdem reingelassen. Scheiße. Hm. Okay. Okay. Alles klar. Tell me! Now! Answer her question. Now! We didn't have to worry about that. What the hell does that mean? He lived, Clemm. Oh. He lived. Gott. He lived. Jesus was fucked up. He lived. He lived. Clemmy said so. AJ bounced back. He was stronger than we thought. He was... He was a miracle. He lied. I don't know, Clemm. I don't think he'd lie about this. You don't know him like I do. Clemmy. Please, I'm telling the truth. Where? Where is AJ now? I don't know for sure. But he's in Richmond? Dr. Lingard took care of the boy. He'll know how to find him. Why? Then I'm going back. None of us are going anywhere until the walkers clear.